Willkommen zurück zu Let's Play! Lego Harry Potter die Jahre 5 bis 7 Wir waren stehen geblieben bei Godric's Hollow Wenn ich mich recht erinnere Wir müssten nach Godric's Hollow gereist sein Wenn nicht, kommt da jetzt nochmal eine Cutscene Eins von beiden Entweder sind wir da schon oder reisen noch in einer Cutscene, ich war mir nicht Ich bin mir nicht sicher Ihr seht, ich hab jetzt auch aus dem Hauptmenü gestartet Weil... Ach, verdammt Ich muss das vor dem Zelt noch machen Das hab ich total vergessen Ja, weil das Spiel immer so komisch speichert Ich hab jetzt auch das hier alles nicht gemacht, glaub ich, ne? Ja Och Mann Ich will doch jetzt hier nicht tanzen Weil die Sachen, die sind hier noch alle Ja, hört auf zu lachen Ihr Ekligen Das wollte ich nämlich noch So, die sammeln wir auch noch Aber eigentlich haben wir das hier alles schon gemacht Das ist das Doofe jetzt Komm, scheiß drauf Ob wir die Stats jetzt haben oder ob in China ein Sackreis umfällt Das ist dann auch relativ egal Da gibt es weitaus wichtigere Sachen So, Hermine Du darfst dich jetzt So Hier können wir jetzt ein Apparierfeld Herbeibeschwören Ja War so klar Oh ne, komm Da hab ich jetzt gar keinen Bock drauf Wir apparieren mal weiter Und Treiben die Story voran Ach ja Hey Hey Alter Da ist der Der ist der Ronald Sauer Tschüss Es weihnachtet Es weihnachtet In Godric's Hollow Hihihi Man, sind wir lustig Hm Hm Diese Mimik Das ist so göttlich Da sind wir in Godric's Hollow Wo geht's hier hin Okay Wisch den Schnee von den Grabsteinen Um Hinweise zu entdecken Jojo Das muss Hermine machen Okay Das kann auch keiner von uns machen Das können wir machen Das reparieren wir mal Das nehmen wir auch mal alles mit Was für ein Level sind wir denn hier Todesstille Okay Okay Mit So Ach das muss auch alles Hermine machen Sauerei sowas Stell mal die Blumen hin Hier ist doch mit Sicherheit auch noch was Ja Da war ich mir sicher Dass hier was war Ach sie macht hier einen auf Lampenfrau Gut Hier ist auch noch mit Sicherheit was Ja Ja Die Blumen kann man noch 100% auch kaputt machen Nein können wir nicht Sauerei Ja Da kommt bei Doe Lasst Na Und Da waren ilateral bräuchten wir ron dafür hier sind auch noch welche die gräber untersuche ich ganz zum schluss doch hier wäre noch was gewesen kaum hermine sammeln du dich das erst mal ein machen wir das schon der reihe nach auch nix aber man kennt ja das grab aus der see aus der serie vor allen dingen aus dem film also weiß man ungefähr wo man erfolg hat und wo nicht aha ein wappen was uns eh nichts bringt ja genau ein riesen so halt erst wird hier noch die bank kaputt gemacht los hermine zauber diese melodie wenn ich das schon wieder höhere ok ist nix dann und ja 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 hier ist noch was halt aha das ist hier noch was zum tüfteln heute heute ist mal hermine unsere hauptprotagonistin heute darf die das hier mal alles machen ein ofen es ist ein ofen drauf gar nicht makaber oder so hier ist doch jetzt auch wieder nix aber erst hole ich mir hier auch wieder die das ist alles wahres nicht vorhandenes geld und vor allem die hälfte des levels ungefähr da hat sowas gefunden die schlaue dumm 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 ja genau oh nein jetzt müssen wir nicht dieser alten folgen die alte ist eklig nicht nur weil ich weil man ja weiß was dahinter steckt erst mal machen wir hier sauber ja da muss es rein komm 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 so ist das feuer auch schon mal gelöscht gut alter ja ja Jetzt habe ich sie verpasst, Menschenskinder, boah wie scary das hier alles ist. Wir sind ja bekloppt drin, krasser, will sie mit Blumen fernhalten, und jetzt geht's auf. Komm. So, Freunde, in der nächsten Folge kämpfen wir weiter gegen hier. Wie heißt sie? Nagini? Oder wie sie sich schimpft? Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss! 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 Tschüss!